1. Mein Glückwunsch 1. Mein Glückwunsch zum 70-jährigen Arbeitsleben. Du hast allen Gesetzen Genüge getan und der CDU und SPD den Gefangenen getan, 70 Jahre zu arbeiten, was natürlich verrückt ist. Du scheinst einer davon zu sein. Als bleibende Erinnerung habe ich dir ein CD zusammengestellt, eines Schaffens der 70-jährigen Tätigkeit auf der Trabbrennbahn in Gelde-Kirchen. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin ein Schaffen, dass du auch die 75 erreichst und ein Vorbild für diese Parteien, diese verrückten Parteien, formuliere ich es mal, dass du das schaffst. Dankeschön. Ich werde es versuchen. So. Einmal die CDU, alles was ich von dir habe und alles was hier aufgenommen wurde, wo du da die Hauptrolle spielst. Sehr schön. Dann noch hier nur zur flagenden Erinnerung oder das kannst du dir hier, habe ich auch eins vorbereitet, dass du es hier irgendwo anhängst. Ja. Dies ist das Original und das. So, ich wünsche heute einen guten Verlauf und viele alte Strategien, die hier auf der der Trabbrennbahn ihr Unwesen getrieben haben. Ich glaube, dass die gleich noch endlich gekommen sind. Ich denke auch. Ich bleibe doch hier, ich nehme mal an, dann gibt hier nachher Rumpsteak oder sowas alle. Und Besseres. Und Besseres. Sekt und junge Weigern. Auch. Wir sind hier weiter. Schokolade. Ja, komm mal her. Ja. Ja. Und Besseres. Wir können heute rua différence.